Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über Vampire reden. Die meisten von uns kennen sie aus Filmen, Fernsehen und Büchern. Es ist ein Wesen, das uns schon seit jeher fasziniert. Sei es als Ausgeburt der Hölle, dass Tote wieder aus ihren Gräbern steigen oder als Monster, das Frauen und Männer verführt, um ihnen ihr Blut auszusaugen. Das sind die Klischees, welche Vampire meist über sich ergehen lassen müssen. Jedoch möchte ich heute über eine spezielle Art der Vampire sprechen, und zwar die Energievampire. Es sind meist Menschen, die sich in das Umfeld von einem schleichen und so die eigene Energie versuchen zu rauben. Diese kann man erkennen, indem sie eine Opferrolle annehmen und immer deine Hilfe haben möchten, die aber selbst dafür nicht helfen wollen. Oder, dass sie versuchen, dich einzuschüchtern, wie es in oftmals ungesunden Beziehungen ist. Dies kann auf der Arbeit oder auch zu Hause sein. Diese Energievampire schüchtern dich dann so ein, dass sie dir auch Schuldgefühle machen, dass du nicht genug für sie da wärst, dass du ihnen was schuldig bist. Du musst dich immer rechtfertigen für alles, was du auch ansatzweise nur machen möchtest. Und das sollte nicht der Fall sein. Du bist gut, wie du bist. Du musst dich nicht rechtfertigen gegenüber sonst irgendjemandem. Es ist ganz egal, welche Entscheidung du triffst. Du triffst diese Entscheidung für dich, nicht für die Person, die neben dir steht oder die dir vorschreiben möchte, wie du was zu entscheiden hast. So, dann versuche ich euch mal zu erklären, woran ihr einen Energievampir erkennen könnt. Es gibt zehn Punkte, die euch als Wahnsinn klar dehnen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der sich ähnlich verhält, direkt ein Vampir ist. Also ein energieblicher Vampir. Der erste Punkt, auf den ihr achten solltet, ist, sie beachten nicht eure Grenzen. Wenn ihr Nein sagt, ihr wollt heute alleine sein, weil ihr euch nicht gut fühlt oder weil ihr einfach keinen Bock darauf habt, dass irgendjemand sich bei euch aufhält, dann missachten sie diese Grenzen. Sie kommen trotzdem vorbei, denken, sie tun euch damit was Gutes, was nicht der Fall ist, weil ein Nein ist ein Nein, egal ob es schwach ausgedrückt ist oder stark. Da solltet ihr immer drauf achten, da eure Grenzen das sind, was euch beschützt und was euch zu dem macht, was ihr seid. Der zweite Punkt ist, sie nötigen dich immer dazu, dich zu rechtfertigen. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen, du musst dich vor niemandem in die Enge treiben lassen und deine Entscheidung auseinandernehmen lassen. Es ist deine Entscheidung und es ist dein Leben. Du lebst es so, wie du möchtest und du gehst den Weg, den du willst. Du hast nicht jemandem zu erklären, wieso, weshalb, warum du jetzt diese Entscheidung getroffen hast und dir auch nicht anzuhören, dass eine andere besser gewesen wäre. Von daher, sobald du dich des Öfteren rechtfertigen musst und du immer das bei der gleichen Person machen willst, beobachte diese Person gut und fühl in dich hinein, ob sie dir auch wirklich gut tut und du nicht nur bei ihr bleibst, weil du es gewohnt bist. Dies gilt besonders in einer Partnerschaft. Der dritte Punkt ist, dass sie dich beschuldigen. Also durch verschiedene Beschuldigungen zwingen sie dich in eine Rechtfertigung oder versuchen in dir Schuldgefühle zu wecken, weil sie dir Sachen vorwerfen, die du nie gemacht hast. Oder wenn du nachfragst, wie es ihnen geht, werfen sie dir vor, dass du sie unter Druck setzt, dass du sie einengst, dass du ihnen einfach ihre Art verbieten willst. Das ist dann nicht der Fall, weil du dich ja aus Besorgnis und als guter Freund darstellen wolltest und einfach hören wolltest, wie es der Person geht. Von daher, es muss nicht immer sein, dass die Menschen dann energetische Vampire sind, aber sollte das zu oft vorkommen, würde ich doch nochmal in mich hineinhören. Ja, wie schon gesagt am Anfang, es gibt die energetischen Vampire, die sich als Opfer zeigen und die energetischen Vampire, die sich als Einschüchterer zeigen, was beides nicht gut ist. Wenn du einen Freund hast, der sich als Opfer darstellt und du ihm immer und immer wieder hilfst und einfach nichts ankommt, kein Gerede, keine guten Ratschläge, keine Taten, die du eben sagst. Dann kann es sein, dass er ein Vampir ist, da ganz frei nach dem Motto, wenn er mir doch bereitwillig seine Energie gibt, warum soll ich mich anstrengen, was an meiner Lage zu ändern. Ebenfalls kann es sein, dass du dann in eine Art Abhängigkeit gerätst. Wenn du ein hilfsbereiter Mensch bist, der anderen Menschen gerne helfen möchte und du jemanden hast, der deine Hilfe immer wieder in Anspruch nimmt, gibt dir das ein gutes Gefühl, was jedoch zur Abhängigkeit führen kann und für beide Parteien nicht gesund ist. Also halte auch ein Auge auf dich, ob du dich ausnutzen lässt und es nicht mal merkst, weil du denkst, du hilfst der Person und tust was Gutes und ob die Person überhaupt etwas an ihrer Situation ändern möchte. Die Einschüchterer sind die, welche meist einen psychischen Druck ausüben und versuchen so, dich unter Kontrolle zu halten. Sie wollen vielleicht, dass du dich änderst, dass du dein Aussehen änderst, dein Verhalten änderst, dass du das tust, was sie dir sagen und andere Bereiche noch. Dabei können sie das entweder durch brachiale Gewalt anschreien oder aber leise und hinterrücks machen. Beides sind dann Einschüchterer, weil du dich entweder von ihnen bedrängt, bedroht oder eingeschüchtert fühlst. Achte darauf und wenn du merkst, dass du in einer ungesunden Beziehung bist, überlege dir, wie du da rauskommst. Ob mit Hilfe oder ohne, ist dir dabei auch überlassen. Dann gibt es auch den Punkt, dass sie dich gerne in Konflikte verwickeln, weil durch diese Konflikte können sie dann Schuldgefühle in dir streuen und suggerieren. Das kann was ganz Unbedeutendes sein, wie ein kleiner Streit, eine Meinungsverschiedenheit oder einfach, dass du nicht Lust auf das Essen hast, was er dir vorschlägt oder sie dir vorschlägt. Daraus wird dann ein Konflikt entwickelt, ein Streit entsteht und danach werden dir dann Schuldgefühle eingetrichtert, weil du ja angeblich überreagiert hättest. Achte darauf, wie oft das vorkommt, weil in jeder guten Beziehung streitet man mal, das ist normal. Und ja, sollte das so vorkommen oder auch in der Firma so sein, dass du für Sachen, die du nicht machen möchtest, dann plötzlich in einem Konflikt stehst, überleg dir, ob die Kollegen, die dich in diesen Konflikt immer wieder bringen, gut für dich sind. Dann geht es weiter. Du fühlst dich in ihrer Nähe ausgelaugt, energielos, schlapp, aggressiv oder einfach nur schlecht. Das sind dann die Anzeichen, dass du schon zu viel Energie in eine schlechte Beziehung, in einen schlechten Kontakt gesteckt hast, da sie immer gerne die Energie von dir gezogen haben. Du bist hilfsbereit, du hilfst den Menschen, du willst ihnen unterstützend unter die Arme greifen, freundlich zu ihnen sein. Dies wird aber ausgenutzt, indem du immer mehr aufgebürdet kriegst, immer mehr machen musst. Die Leute immer mehr von dir verlangen, obwohl du selbst genug zu tun hast. Ob es zu Hause ist, in einer Beziehung ist, auf der Arbeit ist, das spielt dabei keine Rolle. Sie nutzen dabei die Urängste. Jeder Mensch möchte beachtet werden, geliebt werden, Anerkennung erhalten. Wir brauchen die Arbeit, für unser Leben zu finanzieren, eine Wohnung zu haben. Essen kaufen zu können, die Grundbedürfnisse halt zu verwirklichen. Und dies nutzen sie dann für die Ängste aus, die sie in dir streuen, da sie dir dann einreden, dass, wenn du dich wehrst, du deinen Job verlierst, die Beziehung zu Ende geht, du eventuell alleine dastehst, dein Leben nicht mehr so leben kannst, wie du möchtest. Lass dir das nicht einreden, selbst wenn du eine Beziehung beendest und jemand ein Energiewampir war, es wird am Anfang schwerer sein, es wird am Anfang ein Rückschlag sein und du wirst dir vielleicht nicht mehr das leisten können, was du vorher hattest. Jedoch wird es dir im Nachhinein um einiges besser gehen, da du deine Energie wieder für dich selbst zur Verfügung hast und nicht in eine ungesunde Beziehung steckst. Ebenso auf der Arbeit. Kein Betrieb wird dich kündigen, bloß weil du mal deinem Kollegen sagst, nein, ich kann das nicht, ich habe meine eigenen Aufgaben, ich bin ausgelastet. Oder etwas ablehrst. Lass dir das auf keinen Fall einreden. Solltest du dennoch deinen Job verlieren, weiß man nicht, wofür es gut war. Du findest wieder einen neuen, du findest eine neue Stelle, du findest einen neuen Halt. Im Freundeskreis, wenn du deine Freunde verlierst, weil sie Energiewampire waren und du ihnen nicht mehr deine Energie gibst. Mach dir nichts draus. Du findest neue Menschen. Menschen, die auch wirklich hinter dir stehen. Freunde, die für dich da sind, wenn du sie brauchst und nicht nur einseitig, wenn sie dich brauchen, du springen musst. Du findest Leute, denen du wichtig bist, die für dich da sind, die dich auch einmal auffangen, wenn es dir schlecht geht. Von daher hat jede Medaille zwei Seiten. Wenn du etwas verlierst, findest du wieder etwas Neues. Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Man weiß nie, wofür es gut ist. Man kann es am Anfang auch nicht selber sehen. Aber wenn du zurückblickst, wirst du merken, für wie viele Sachen du schon dankbar sein kannst, die sich geändert haben, wo du am Anfang dachtest, dass du den Boden unter den Füßen verlierst. Von daher, sei guter Dinge, bleib positiv, lass dich nicht unterkriegen, egal was wer auch immer sagt, du bist gut, wie du bist, lass dich nicht verbieten. Jeder Mensch ist einzigartig. Und das sollten wir auch immer im Hinterkopf behalten. Wir sind, wie wir sind, und das ist wichtig. Wir können nicht alle Kopien von irgendeiner perfekten Person sein, die nicht mehr existiert. Jeder Mensch hat seine Macken, jeder Mensch hat seine Probleme. Jeder Mensch muss damit umgehen. Und so musst du auch lernen, selbst für dich einzustehen. Das war's für heute mit dem Video. Ich wünsche eine ruhige und entspannte Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Tora, alias Mückenblade. Wir sind Kadett, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020